Hi zusammen, ich bin Marina Weisband und der Religionsunterricht der 10. Klasse des Faustgymnasiums in Staufen im Breisgau hat mir mehr Fragen zum Judentum geschickt, nachdem sie ein Interview mit mir gehört haben. Und ich möchte euch diese Fragen sehr gerne beantworten. Danke für euer Interesse. Ich versuche alle eure Fragen durchzugehen. Ich lese sie jetzt auch selbst zum ersten Mal. Ich finde es gut, dass Sie dazu stehen, Jüdin zu sein. Danke, ich auch. Haben Sie sich schon mal gewünscht, keine Jüdin zu sein? Oder fällt es Ihnen manchmal schwer, eine Jüdin zu sein? Ähm, nein, ich habe mir nicht gewünscht, keine Jüdin zu sein. Ich wünsche mir, dass es nicht immer schwer wäre. Überwiegt der Stolz, eine Jüdin zu sein oder die Bürde der Gesellschaft? Ähm, ich würde sagen, weder noch trifft zu. Ich bin nicht stolz, Jüdin zu sein, weil ich nichts dafür getan habe. Ich wurde geboren und ich bin nicht stolz darauf, wie ich geboren wurde, sondern ich bin stolz darauf, was ich damit gemacht habe. Äh, andererseits, so eine Riesenbürde ist es auch nicht. Ähm, ich habe eine Familie, wir haben Traditionen, wir haben Feste, wir haben Humor. Äh, es ist nicht so, dass das etwas Belastendes ist, wie eine chronische Krankheit. Ähm, wenn sie in Deutschland und anderen europäischen Ländern keine Sicherheit haben und deswegen Angst empfinden, haben sie dann nicht schon mal überlegt, das Judentum zu verlassen? Die Frage wird mir tatsächlich oft gestellt, man kann das Judentum nicht verlassen. Ähm, ich könnte verbergen, dass ich eine Jüdin bin. Ich könnte es verheimlichen. Das haben viele gemacht historisch. Ich kann mich sogar taufen lassen. Aber für Nazis wäre ich dann immer noch eine getaufte Jüdin. Und für Juden übrigens auch. Also, ich kann zwar die Religionszugehörigkeit verlassen, aber ich kann nicht die Volkszugehörigkeit verlassen. Und ja, historisch hat das Nazis leider von gar nichts überzeugt. Außerdem will ich das gar nicht. Ähm, sie sagen, dass sie keine religiöse Jüdin sind, aber sie sind in einer jüdischen Gemeinde. Ist das nicht eigentlich ein Widerspruch? Ich bin nicht religiös, aber ich bin gläubig. Das bedeutet, ich bete, ich glaube an Hashem, aber ich befolge nicht alle religiösen Gebote. Ich esse zum Beispiel kein Schweinefleisch, aber ich ernähre mich nicht streng koscher. Streng koscher würde bedeuten, ich dürfte nie in meinem Leben einen Cheeseburger essen und ich weiß, wie Cheeseburger schminken. Was halten Sie von den religiösen Traditionen des Judentums? Da sie diese durch ihre Familie ja nicht verfolgt haben. Das stimmt. Meine Familie war, wie viele in der Sowjetunion, atheistisch. Und deswegen bin ich praktisch ohne Traditionen aufgewachsen. Also ohne jüdische, aber auch ohne sonst irgendwelche. Und ich muss sagen, ich vermisse das. Also ich finde jüdische Traditionen sehr schön und ich beneide es immer ein bisschen, wenn ich zu Gast bin bei Familien, die religiöse Bräuche haben und leben. Es ist gemütlich. Es ist schön. Also auch nicht nur bei jüdischen Familien, auch bei christlichen Familien, die Weihnachten feiern. Ich finde das schön und behaglich und möchte das gerne meinen Kindern auch geben. Wenn sie nicht religiös sind, wieso vertrauen sie sich dann einem Rabbi an, welcher für Fragen über das jüdische Gesetz zuständig ist? Ich vertraue mich dem Rabbi nicht blind und sklavisch an. Ich würde nicht blind und sklavisch alles befolgen, was ein Rabbiner sagt. Das wäre aber auch gar nicht im Geiste der jüdischen Religion. Der Geist der jüdischen Religion ist Diskurs. Es ist ständiger Streit und Auslegung verschiedener religiöser Gesetze. Und ich rede und streite auch sehr gerne mit meinem Rabbiner, weil er ein sehr, sehr kluger Mann ist, sehr weise. Er hat sehr viel gelesen und die Tora und der Talmud sind so alte Bücher, die über so viel Zeit geschrieben wurden, dass sie ganz grundlegende Weisheiten der Menschheit enthalten. Und diese Weisheiten daraus zu lesen und daraus zu interpretieren, hilft einem im Leben weiter. Es sind einfach viele praktische, hilfreiche Lebenstipps darin. Was würden Sie gerne jedem Mensch auf der Welt zum Thema Judentum sagen? Ich würde sagen, hey, wir sind Menschen, genau wie ihr. Wir sind alle Menschen aus Fleisch und Blut und wir versuchen gut zueinander zu sein. Das Judentum wird niemals versuchen, euch zu konvertieren. Oder euch anders zu machen, als ihr seid. Und wir glauben, dass alle Menschen in den Himmel kommen, wenn sie rechtschaffen sind, egal ob sie Juden sind oder nicht. Wenn Sie mehr aus dem Alltag der Juden berichten möchten, was wären dann die wichtigsten Aspekte oder Unterschiede zum Alltag anderer Menschen? Und was wären die Gemeinsamkeiten, die den Juden eine größere Akzeptanz und Verständnis in der Gesellschaft einbringen würden? Wenn man uns schneidet, bluten wir. Ich glaube, wir sind ganz, ganz normale Menschen. Wenn ich etwas aus dem jüdischen Alltag teilen dürfte, dann wäre es das jüdisches Leben. Und gerade die Religion sehr viel mit Gesang zu tun hat, sehr viel mit Freude zu tun hat. Und ich würde gerne einfach jüdische Witze teilen, weil jüdische Witze cool sind, weil wir einen ironischen, selbstironischen Humor haben. Und alle Juden kennen alle jüdischen Witze angeblich. Haben Sie Familienmitglieder beim Holocaust verloren oder wurde Ihnen davon berichtet? Wir haben eine sehr große Familie und in meiner Familie wird wenig über den Holocaust gesprochen. Aber sicher, ja, also wir haben auch Familienmitglieder verloren. Meine unmittelbare Familie ist verschont geblieben, weil mein Opa Major in der Roten Armee war und unsere Familie wurde in die Evakuation geschickt. Was meinen Sie damit, dass Ihre Großeltern über Ihre Eltern an Sie Traumata vererbt haben? Das ist eine sehr gute Frage. Die Leute, die den Holocaust überlebt haben, aber auch viele, die den Zweiten Weltkrieg insgesamt überlebt haben, nicht nur Juden, haben gestörte Verhältnisse zu Beziehungen gehabt. Also zum Beispiel waren sie kalt und konnten keine Liebe zeigen, weil sie selber so verstört waren. Aber wenn ein Kind keine Liebe gezeigt bekommt, dann wird es selber verstört. Und man kennt das ja so vom Psychologen, der sagt, ja, alles ist irgendwie in der frühen Kindheit verankert und hängt mit der Bindung zu den Eltern zusammen. Das ist nicht ganz falsch. Und solche Beziehungsmuster, so ungesunde Beziehungsmuster vererben sich weiter. Und ich weiß nicht, wann sich das normalisiert. Was denken Sie, warum macht es in unserer Gesellschaft so einen großen Unterschied, ob man Jude ist oder nicht? Warum ist es für uns normaler Christ oder Muslim zu sein? Was macht den grundlegenden Unterschied? Ich glaube, es ist nur deshalb, normaler Christ oder Muslim zu sein, weil es mehr Christen oder Muslime gibt. Es ist auch immer noch normaler Christ zu sein, als Muslim zu sein, weil es einfach mehr Christen gibt. Das ist die Mehrheitsgesellschaft. Und Jüdinnen, ja, blöd gesagt, wurden so stark in Deutschland dezimiert, getötet und vertrieben, dass sie ganz selten vorkommen. Man kennt einfach wenige und das bedeutet, es ist exotisch. Ich glaube, eine der Sachen, die das Judentum radikal von den anderen monotheistischen Religionen unterscheidet, ist, dass das Judentum keine missionierende Religion ist. Das heißt, wir gehen nicht hin und wir versuchen überhaupt niemanden zu unserem Glauben zu bekehren. Das hat aber eine Auswirkung und zwar, Juden sind sowohl eine Religionsgemeinschaft als auch eine Volksgemeinschaft. Man wird als Jude geboren. Man kann auch zum Judentum konvertieren, aber dann wird man eben auch Teil der Volksgemeinschaft. Während das Christentum und der Islam zusätzlich zur Volksgemeinschaft dazukommen. Das heißt, du kannst Gallier sein und wirst christianisiert und dann bist du Gallier und Christ oder Normanne und Christ. Aber das Judentum funktioniert anders. Und im Mittelalter, als das Christentum versucht hat, sich durchzusetzen gegen andere Religionen, war Anti-Judaismus sehr stark. Man hat versucht, sich zu profilieren aus dem Judentum heraus und hat deshalb gesagt, ah, die Juden, die halten sich für das erwählte Volk und da schwang mit, wir sind besser als ihr. Das stimmt aber gar nicht. Die Juden sind auserwählt für eine bestimmte Aufgabe. Und das ist, die Gesetze zu tradieren, die in der Tora stehen. Es bedeutet aber nicht, dass wir besser sind als andere Völker. Was hat ihnen geholfen, das alte Leben hinter sich zu lassen und ein ganz neues in der Politik zu starten? Wieso haben sie sich dafür entschieden, in die Politik zu gehen? Bis ich 18 war, oder 19, war ich komplett apolitisch. Ich habe keine Zeitungen gelesen, keine Nachrichten geschaut. Ich wusste kaum, wer die PolitikerInnen sind. Und ich hatte auch gar nicht das Gefühl, dass mich das was angeht, weil ich als Immigrantenkind einfach so das Gefühl hatte, ja, die Politik machen die Deutschen schon unter sich aus. Und dann hat meine Regisseurin gesagt, wir sollen wählen gehen, am ersten Wahltag, als ich meine Staatsbürgerschaft hatte und hat uns dafür extra freigegeben. Und dann bin ich wählen gegangen, weil ich hatte nichts anderes zu tun. Und mich hat damals fasziniert, dass man mich einfach in dieses Land gelassen hat. Man hat mir erlaubt, das Parlament zusammenzustellen, ohne nach meinen Vorkenntnissen zu fragen, nach meinen Motivationen. Und das war so ein Klickmoment. Da habe ich gedacht, oh shit, das geht mich etwas an. Man vertraut mir so sehr, ich muss mich dieses Vertrauens irgendwie würdig erweisen. Also bin ich am gleichen Tag in die Piratenpartei eingetreten und ab da war es ein Lernprozess. Also es war auch nicht so, dass ich sofort toll politisch versiert war, sondern ich habe mit der Partei mich selber fortgebildet. Und das war eine super spannende Zeit. Sind Sie in der Politik tätig, um das Bild der Menschen bezüglich der Juden zu ändern und etwas in der Menschheit zu bewegen? Ich bin in der Politik tätig, um Demokratie und Bildung zu verbessern. Das sind eigentlich meine Themen. Also dass ich zu Antisemitismus und Judentum in der Öffentlichkeit spreche, ist eigentlich eher Zufall. Und es kam so, dass ich, als ich das erste Mal eingeladen war zur Bundespressekonferenz als politische Geschäftsführerin der Piratenpartei, meine David-Sternkette trug. Und ich trage die immer. Ich habe nicht darüber nachgedacht. Ich habe sie einfach nicht bewusst abgelegt. Aber natürlich wurde ich von Journalistinnen gefragt, was es damit auf sich hat. Und dann habe ich halt gesagt, ja, ich bin Jüdin. Und ab da war ich öffentliche Jüdin. Das war kein bewusster Schritt, aber ich finde es ganz gut, um Juden sichtbar zu machen. Trotzdem ist das Judentum nicht mein Hauptthema, sondern es ist Zufall, dass ich als Jüdin geboren wurde. Aber ich bin Bildungspolitikerin. Ich setze mich ein für SchülerInnenbeteiligung. Ich setze mich ein für mehr Geld, für Schulen und so weiter. Fühlen Sie sich heute wohl in Deutschland und denken Sie gerne an die Zeit früher zurück. Ich fühle mich heute relativ wohl in Deutschland die meiste Zeit über. Ich bekomme aber auch Morddrohungen und ich muss ehrlich sagen, als die AfD in den Bundestag eingezogen ist, habe ich für alle Fälle, nur für alle Fälle, nachgeguckt, ob mein Mann auch die israelische Staatsbürgerschaft bekommen würde. Bekommen Sie auch negative Rückmeldungen über Ihre Umfragen und Aufklärungen im Internet? Ich bekomme überwiegend positives Feedback für die Bildungsarbeit, die ich mache. Klar, es gibt total viele Antisemiten, es gibt total viele Leute, die glauben, ich habe gar keinen echten Job. Das hier ist übrigens nicht mein echter Job. Ich bekomme null Geld hierfür. Ich arbeite vollberuflich bei einem gemeinnützigen Verein, der SchülerInnenbeteiligung fördert. Aber ja, es gibt auch negative Kritik. Aber die positive überwiegt so sehr, dass ich das richtig gerne mache. Themenbereich Antisemitismus Was für Drohungen haben Sie bekommen und hatten Sie diese im echten Leben bekommen oder über Ihr Handy mit zum Beispiel Facebook erhalten? Also erstens, die Drohungen, die ich über mein Handy erhalten habe, sind definitiv Drohungen im echten Leben. Es sind echte Menschen, die mir echte Nachrichten geschrieben haben, die tatsächlich mir auflauern könnten nach einer öffentlichen Veranstaltung und ihre Drohungen wahrmachen könnten. Aber auch die Polizei unterscheidet sehr gerne Drohungen im Internet und Drohungen im echten Leben. Das ist fatal, weil die meiste Kommunikation heutzutage findet über das Internet statt. Offensichtlich sind die Drohungen aus dem Internet auch echt. Die Drohungen, die ich bekommen habe, will ich gegenüber Schülern nicht en detail wiedergeben. Aber es waren Morddrohungen, es waren Vergewaltigungsdrohungen, es waren, man wollte mich aus dem Land treiben, sehr viele unschöne Sachen dabei. Inwiefern müssen Sie Ihr tägliches Leben anpassen, um sich vor antisemitischen Übergriffen zu schützen? Ich versuche, mein tägliches Leben möglichst wenig nach Nazis auszurichten, aber es ist zum Beispiel so, dass ich meine Adresse nicht veröffentliche. Ich gucke, dass ich hier Vorkehrungen treffe, um die Identität meiner Familie geschützt zu lassen. Ansonsten nicht sehr viel. Ich versuche das nicht dahin kommen zu lassen. Gab es schon mal antisemitisch begründete Angriffe auf Sie? Nein, ich wurde nie tätlich angegriffen. Wurden Sie schon mal rassistisch behandelt oder ausgeschlossen aufgrund Ihrer Lebensweise? Nein. Wie reagieren Sie auf Beleidigungen aufgrund Ihrer Religion? Je nachdem, in welcher Situation das ist. Manche Beleidigungen kann ich ignorieren. Also ich bekomme manchmal seitenlange E-Mails von Nazis, die mich auf vielfältigste Weise beleidigen. Und dann gucke ich, überfliege, in ein paar Sekunden schnalle ich a Nazi-Mail und dann lösche ich sie. Das ist so eine tiefe Befriedigung, dass jemand sich Stunden Zeit genommen hat, um diesen Mist zusammenzuschreiben. Und ich verschwende nur wenige Sekunden darauf, ihn zu löschen. Das gibt mir eine gewisse Macht über die Person. Wenn es antisemitische Beleidigungen allgemein sind, dann gucke ich, dass ich melde. Es gibt Antisemitismus-Meldestellen. Oder wenn die Person mich unabsichtlich beleidigt, weil sie es nicht besser weiß, dann kläre ich auf. Weil das kommt ja nicht nur mir zugute, sondern auch anderen Jüdinnen und Juden. Wie reagieren sie, wenn sie einem Menschen begegnen, der antisemitisch denkt oder sie direkt konfrontiert werden? Etwa ein Fünftel bis ein Viertel aller Menschen, aller Menschen, denken antisemitisch. Aber hier ist das Wichtige, manchmal wissen sie gar nicht, warum sie so denken. Wir alle haben bestimmte rassistische Einstellungen, haben bestimmte sexistische Einstellungen ganz tief in uns verwurzelt, so Klischees. Einfach weil wir in einer Welt aufwachsen, die immer noch von Rassismus und Antifeminismus und Antisemitismus geprägt ist. Und es ist nicht per se ein Verbrechen, dass Leute bestimmte unbewusste Einstellungen haben. Sondern es ist wichtig, mit den Leuten zu sprechen und sie darauf hinzuweisen, dass etwas antisemitisch ist und warum es antisemitisch ist. Und ich versuche immer, die Person von ihren Einstellungen oder auch Worten zu trennen. Das heißt, ich kann sagen, du hast etwas Antisemitisches gesagt, ohne zu sagen, du bist Antisemit. Denn wenn ich sage, du bist Antisemit, dann habe ich die Person verloren. Dann spricht die gar nicht mehr mit mir, dann geht sie in eine Verteidigungshaltung. Aber wenn ich sage, du hast etwas Antisemitisches gesagt, dann bin ich in einem Dialog und ich kann erklären, warum das antisemitisch war. Haben Sie schon mal mit antisemitisch Denkenden gesprochen? Und wenn ja, wie war das für Sie? Ich habe oft mit antisemitisch Denkenden gesprochen. Das ist meistens eine relativ frustrierende Erfahrung, weil ich versuche aufzuklären, aber manche Personen wollen halt auch antisemitisch sein. Ja, sie brauchen das, weil sie sich so die Welt erklären, weil sie sich nicht vorstellen können, dass es komplexe Dinge gibt. Und deswegen glauben sie, die Juden sind an allem schuld. Das ist frustrierend. Aber ich muss einfach versuchen, aufzuklären und dem vorzubeugen, indem ich auch schon SchülerInnen helfe, mit Komplexität klarzukommen und ihnen helfe, sich demokratisch zu organisieren. Weil jemand, der Verantwortung für sich und andere trägt, wird seltener antisemitisch sein. Ja, ich habe das Gefühl, der unterschwellige Antisemitismus, den es schon lange gibt in Deutschland, kann jetzt viel öfter gesagt werden. Und es gab letzten Sommer, Sommer 2020, einen Punkt, an dem ich wirklich gefühlt habe, diese Woche ist es schlimmer als letzte Woche. Wo wirklich Verschwörungstheorien hochgekocht sind, wo Leute rumliefen mit diesem gelben Stern, auf dem ungeimpft stand. Und wo der Holocaust relativiert wurde, wo Leute gesagt haben, ich fühle mich wie Anne Frank, weil ich keine Maske tragen will. Und da habe ich irgendwie gefühlt, da kippt so eine Stimmung. Und ich weiß noch nicht, wie das weitergeht, aber ich werde das beobachten. Haben Sie Vorschläge für Maßnahmen gegen Antisemitismus? Ich glaube, und das ist auch der Grund, warum ich diese Frage in Judenreihe mache, dass einfach auf Fragenantworten zugänglich sein und zeigen, hey, ich bin ein Mensch, ich habe auch Humor und Quirks und ich verschlafe morgens und ich habe Herausforderungen und ich bin nicht reich, einfach hilft, antisemitische Klischees abzubauen, wenn man sonst nun mal nicht so vielen Juden begegnet. Außerdem halte ich Gedenkarbeit für ganz, ganz wichtig, damit es nicht so viel zur Holocaust-Relativierung kommt. Und ich halte es für wichtig, generell mehr Verantwortung zu geben, auch schon an junge Menschen, auch schon an SchülerInnen. Das hat nicht direkt was mit Antisemitismus zu tun, aber Antisemitismus erfüllt eben diese Funktion, um die Welt erklären zu wollen und etwas auf jemand anderen zu schieben, auf die da oben, die Bösen da oben. Wenn ich die Erfahrung mache, dass meine Umwelt von mir abhängt und nicht von irgendjemandem, dann komme ich gar nicht erst in diese Denkmuster. Glauben Sie, dass es auch andere Religionen gibt, welche in europäischen Ländern mit derselben Angst leben müssen? Ich glaube, dass viele MuslimInnen auch Angst haben, weil es neben Antisemitismus auch starken Rassismus gibt. Und es ist ja auch so, dass es auch muslimischen Antisemitismus gibt. Aber deswegen habe ich keine Angst vor Muslimen, sondern ich habe Angst vor Antisemiten, seien es rechte Antisemiten oder muslimische Antisemiten. Aber die meisten Muslime in Deutschland sind solidarisch mit uns. Und darüber bin ich auch sehr froh und deswegen bin ich auch solidarisch mit ihnen. Ist es überall so, dass Menschen, die zu der am weitesten verbreiteten Religion gehören, anderen Religionen feindlich oder kritisch gegenüberstehen und diese nicht so wirklich akzeptieren? Oder ist das Judentum aufgrund der gesammelten Erfahrungen von Hass und Antisemitismus anders? Das ist eine gute Frage, die ist sehr kompliziert zu beantworten und ich weiß nicht, ob ich sie ganz beantworten kann. Mein Versuch wäre, Mehrheitsgesellschaft passt das Leben an sich an. Das heißt, wo ich eine Mehrheit habe, wo ich eine muslimische Mehrheit habe, passe ich die Gesellschaft an muslimische Lebensgewohnheiten an. Und die Gruppen, die dann in der Minderheit sind, sind oft ein bisschen außen vor, entweder weil man sie nicht beachtet oder weil man ihnen aktiv feindlich ist, weil sie das Normale stören. Aber Antisemitismus erfüllt weltweit eine spezielle Bedeutung und ist speziell in seiner Entstehungsgeschichte und in seiner Ausprägung. Und es gibt gegen Juden nun mal ganz, ganz andere Vorurteile, als es zum Beispiel in einem muslimischen Land gegen eine christliche Minderheit gibt. Haben Juden in einem Land wie zum Beispiel Israel, in dem ihre Religion dominiert, eine andere Einstellung oder einen besseren Umgang mit anderen Religionen? Ich glaube, wenn ihr diese Frage drei verschiedenen Israelis stellt, kriegt ihr drei verschiedene Antworten. Es gibt in Israel definitiv Probleme mit Rassismus. Andererseits gibt es in Israel beispiellose Zusammenarbeit zwischen den Religionen. Ich will auf keinen Fall so tun, dass da, wo Juden in der Mehrheit sind, plötzlich alles tibi-toppi-paletti ist. Nur Israel ist halt nicht einfach nur ein Land, wo Juden in der Mehrheit sind, sondern es hat historisch auch eine wahnsinnig schwierige Entstehungsgeschichte, wo zehntausende Parteien einander gegenseitig das Land weggenommen haben. Und das spielt natürlich enorm in die Beziehungen zwischen den Religionen hinein. Israelische Politik ist so kompliziert und anstrengend und ich hasse sie. Ich hoffe, ich habe eure Fragen beantworten können oder ihr seid ein bisschen schlauer geworden. Danke fürs Zuhören, danke für euer Interesse und bleibt weiter neugierig. Ciao.